Kennt ihr das? Ihr seid sechs Jahre alt. Hey, ich bin nicht sechs, ich bin so. Oh, halt's mal. Und dein Freund bzw. dein Cousin da ist. Cousin, Cousin? Cousin oder Cousin. Damals hat man noch per Telefon ein Treffen abgemacht. Ruf an. Okay. Hallo. Hallo. Ist Khan da? Ja. Ja. Hallo. 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 Ist Khan da? Ich bin Khan. Ach so. Bist du da? Wo? Zuhause. Warte, Mama bin ich zuhause? Ja. Kann ich zu dir? Okay. Wir fangen ganz normal an zu spielen. Pew, pew, zack, zack. Von außen denkt man, was die Kinder für einen Schaden haben. Aber was die Kinder dabei sehen. Und jetzt? Wird gespielt, Murug. Jo, zwischendurch mit seiner Kacka. Mama bin fertig. Boah, jetzt muss ich wieder seinen Arsch putzen. Und da kommt das Schlimmste. Ali, mach dich fertig, deine Mutter kommt gleich. Scheiße. Och, man. Glaubst du an das gleiche wie ich? Übernachtung. Und ihr schmiedet einen Plan. Okay, Bro. Wenn ich frage, geht das nicht. Hä, wieso? Äh. Mama, darf ich bei Ali übernachten? Vertrau mir einfach. Du gehst jetzt einfach zu meiner Mutter und fragst, okay? Och nee. Doch. Du schaffst das. Frau ETM. Darf ich bei euch übernachten? Bitte, bitte. Und? Leider. Oh. Darf ich bei euch übernachten? Was? Ja. Ja.